Herzlich willkommen von der VMworld in Barcelona. Wir befinden uns hier auf dem Dell-Stand und zeigen hier diverse Lösungen im Bereich Desktop-Virtualisierung. Unter anderem präsentieren wir hier auf VMware vSphere-Basis die vGPU mit den NVIDIA-Grid-Karten. Im Hintergrund sehen Sie unsere vorbereiteten Demos, die zeigen, zu was Desktop-Virtualisierung in Kombination mit Dell, NVIDIA und VMware heute fähig ist. Wir haben vorbereitet die Demos, die auf unseren Dell-Servern laufen mit integrierten NVIDIA-Grid-Karten und mit VMware vSphere und zeigen bei grafikintensiven Anwendungen, welche Performance dahintersteckt. Und neben den grafikintensiven Anwendungen kann man auch Power-User hier entsprechend abdecken damit und man sieht, welche Performance dahintersteckt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 iniciativen Anwendungen ist eine gute Aktion, oder? Musik